CapTrader, Ihr Online-Broker für den schnellen und direkten Börsenzugang. Zur World of Trading im Forum der Messe Frankfurt. Was zeichnet CapTrader gegenüber anderen Brokern aus? Ja, wir bieten weltweiten Börsenhandel an, zu sehr günstigen Konditionen. Das heißt, bei uns kann man alle Produkte handeln, die an der Börse handelbar sind. Also seien es Aktien, ETFs, aber auch Futures, Optionen, Optionsscheine, Zertifikate, also alles, was an der Börse handelbar ist, bieten wir an. Und das halt wirklich weltweit. Also man kann dann Apple-Aktien natürlich in New York direkt kaufen oder natürlich die deutschen Aktien hier in Frankfurt oder Xetra. Das ist halt das, was uns auszeichnet. Plus 24 Stunden Support. Das heißt, wir sind für die Kunden rund um die Uhr da, bieten regelmäßige Webinare. Das heißt, wir wollen die Kunden halt coachen, dass sie erfolgreicher werden beim Trading, bieten da wirklich eine Ausbildung an, die sämtliche Themen umfasst. Ja, also bis hin zu Börsenpsychologie, Trading-Strategien und halt wirklich auch das Einmaleins der Plattformen, was natürlich die Basis ist, um halt auch dann erfolgreich zu handeln. Welche Produkte handeln Sie beim CapTrader und warum? Also bei CapTrader überwiegend amerikanische Aktien und Futures-Produkte, einfach weil die Kostenstruktur super ist, weil eine sehr breite Produktpalette auch im Future-Bereich angeboten wird. Ich kenne keinen Broker, der günstiger ist im Bereich amerikanische Aktien als CapTrader und deswegen mache ich das da. Was sind die wichtigsten Tipps, um langfristig an der Börse erfolgreich zu sein? Also ich denke, das Wichtigste ist eine gute Strategie, die man auch durchhalten kann. Disziplin, dass das Ganze auch wirklich langfristig funktioniert und auch ein bisschen Entspanntheit und nicht jeden Tag zu schauen, wie sieht mein Konto aus. Welche gemeinsamen Projekte mit CapTrader bieten Sie an beziehungsweise sind zukünftig geplant? Also gerade die Software, über die wir gerade gesprochen haben, diese Portfolio Builder, da wird es eine direkte Order-Anbindung eben zu CapTrader geben. Dann können die Leute zum Beispiel eine Strategie auf den amerikanischen Aktienmarkt handeln und können dann für zwei US-Dollar Gebühren je Trade, können die ihre Trades direkt durchrouten. Dann haben wir einmal ein Strategietool mit einem der besten Broker, den es hier gibt. Würden Sie CapTrader weiterempfehlen und wie erfahren muss man im Trading sein? Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen CapTrader. Grundkenntnisse sollte man schon haben beim Traden, aber das ist ja bei jedem anderen Broker genauso. Also wie gesagt, ich arbeite schon zwei Jahren mit CapTrader, bin sehr zufrieden und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Allerdings sollten schon die nötigen Grundkenntnisse vorhanden sein. Ich habe ganz viel mir vorher informiert und bin jetzt schon im dritten Jahr und ja, absolut zufrieden und ich empfehle ihn gern weiter. Was schätzen Sie an CapTrader? Welche Funktionen sind besonders hilfreich? Die niedrigen Gebühren schätze ich sehr und wenn ich irgendwelche Fragen habe, kann ich auch beispielsweise den Herrn Weiß anrufen und bekomme sofort Auskunft und es läuft alles reibungslos immer. Wie sieht die bisherige Entwicklung und die Zukunft von CapTrader aus? Ja, die Entwicklung ist super. Ja, also wir haben stetig steigende Kundenzahlen. Das ist jetzt mit den letzten Jahren auch wirklich rapide gewachsen bei uns bei CapTrader und ja, wir sind sehr froh, dass wir nächstes Jahr in 2019 halt zehn Jahre CapTrader feiern können. Da wird es das ein oder andere Event, denke ich mal, noch geben und wir sind sehr stolz über die sehr, sehr positive Entwicklung. CapTrader – Ihr Online-Broker für den schnellen und direkten Börsenzugang. Caridio – Image- und Eventfilmproduktion